Ole, 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 ole! Warum haben wir eigentlich keinen Ton? Ja, der Ton ist kaputt. Ey, wir wollen Fußball gucken! Ja, na und? Tom Bartels moderiert. Ja gut, dann geht's. Aber ich mein, jetzt hier zum Beispiel Nachrichten komplett ohne Ton, stört dich das nicht? Ja, wieso? Ich seh doch auch sowas passiert. Hier, da laufen schon wieder irgendwelche militanten Kämpfer durch eine Stadt im Nahen Osten. Ja, das ist Heidenau in Sachsen. Ja sag ich doch, Osten. Und was wollen die? Ja, die wollen alle fertig machen, die kein Deutsch können und sich nicht unserer Kultur anpassen. Die armen Sachsen? Mensch Jungs, da sind sie ja! Mensch Bodo! So, Dieter, hast du die Haare anders? Ja, bisschen kürzer. Ich dachte schon, es hat gebrannt. Mensch Jungs, ist das schnafter, euch zu sehen. Die alte Gang. Und endlich mal wieder der alte Bude beim Lutz. Ist das basic hier. Mensch, was wohne ich da gegen einen spießigen Mann im Loft in Düsseldorf-Oberkassel? Scheiße, was sind wir Spießer geworden, was, Dieter? Ich sag mal, was hast denn du da für eine Plauze gekriegt seit der WM? Haha, du siehst aus wie eine Hüpfburg. Weißt du, sowas, sowas kann dem Bodo nicht passieren, oder? Guck mal hier, hau mal rein, Alter. Wow! Da kriegste keinen Nagel rein. Red mal richtig. Ja klar. So, ein bisschen kloppt, Dieter. So, mal hättest du noch alle, du. Haha, Lutze! Guck, guck. Okay, okay, es ist viertel nach acht, um zehn fängt das Spiel an. Jetzt wird getippt und ab dem Anstoß halten wir die Klappe. Yes, das sind die Rules. Das habe ich Solveig auch gesagt, du. Wem? Ja, Solveig. Ich habe euch davon nie erzählt. Ach, deine neue Freundin. Also, ihr habt doch nichts dagegen, dass ihr heute Abend so ein bisschen mitguckt, oder? Du, die müsst ihr eigentlich jeden Augenblick hier sein. Die parkt nur gerade unten noch den Wagen. Sag mal, Bodo. Was ist los? Bodo, bitte, wir haben Regeln. Ja, ist ja gut. Wir haben keine Frauen in unserer Länderspielrunde. Ich darf daran erinnern, wie Dieter neulich seine Nadine mitgebracht hat. Die hat den ganzen Abend gequatscht und hatte keine Ahnung von Fußball. Moment mal, das stimmt so überhaupt nicht. Die hat eine ganze Halbzeit lang den Schiedsrichter angefeuert. Okay, das stimmt. Nein, Jungs, hör mal, das ist Solveig, die ist ganz anders. Jungs, hör mal, die kommt aus der Schweiz. Die ist Filmemacherin. Die hat Kunstgeschichte, Philosophie und Gender Studies studiert. Wir haben so viel gemeinsam. Intelligent, witzig, charmant. Wie, und was genau habt ihr jetzt gemeinsam? Wo ist der Pfarr die Fresse, du? Hier war jetzt die Liebe, du. Okay, aber wir gucken das Spiel wie immer. Sie darf nicht reden wie ein Wasserfall oder irgendwelche komplizierten Themen anschneiden, sonst gibt's ein Kettensägenmassaker. Hey, ich bin Solveig, auch Mensch ist es schön hier zu sein, der Bruder hat aber auch so viel von euch erzählt, dann bist du bestimmt der Lutz, ja und du, ja klar, du musst Dieter sein. Ey, wow, die Wohnung ist ja super hier, total eklektizistisch mit so einem ticken Retro-Bodo-Webber. Ich find's toll, dass ihr mich aufnehmt. Das ist nicht selbstverständlich in einer unisexuell ausgerichteten Peer-Group, die bestimmte Ausrüge ganz eigenen Kodizes hat. Oder, ey, Fußball, uh, I love it. Fußball ist für mich auch so ein total spannendes soziales Phänomen. Kurz gesagt, hallo. Ey, Lutz, wo gehst du hin? Ich hol die Kettensäge. Hallo, ich bin der Dieter. Leute, ich find's großartig, dass ihr bei meinem Projekt mitmachen wollt. Moment mal, was denn für ein Projekt? Ja, sag mal, Bodo, hast du nichts erzählt? Nein, der Bodo hat noch nichts erzählt. Nein, also noch nicht. Ich war gerade dabei. Also, Jungs, Solvik ist ja Filmemacherin, ne? Die will heute Abend hier so ein bisschen drehen, während wir hier gemeinsam Fußball gucken. Ach, ey, was will sie denn drehen? Oh, Lutz, das wird eine Doku für Arte. Wir nennen das Deutschland-Gucken. Wir filmen Menschen, die sich das Länderspiel ansehen und dieses Material. Es wird dann wiederum Lukas Podolski und Richard David Precht vorgespielt, während die nachts mit einem Taxi durch Berlin fahren. Die beiden kommentieren also quasi den Kommentar zum Spiel. Ist das nicht irre? Das ist irre, ja. Bodo, ist dir klar, dass gerade ein eiskalter Windstoß am Kartenhaus unserer Freundschaft rüttelt? Leute, Leute, ihr bemerkt mich doch gar nicht. Ich lass einfach mitlaufen. Ist doch okay, oder? Nein. Ja klar. Ich will nicht ins Fernsehen. Ach komm, jetzt hatte ich es so. Ey, wenn ich abends zusammen mit Nadine Arte gucke und dann sieht sie mich hier mit Lutz beim Fußball gucken, ey, dann ist unsere Ehe am Ende. Du, weißt du, wenn du abends zusammen mit deiner Frau Arte guckst, dann ist die Ehe eh am Ende. Das ist halt die Religion. Jungs, ihr könnt jederzeit Halt Stopp sagen. Halt Stopp! Ach Mensch, Jungs. Männer, was ist denn hier los? Jetzt seid ihr aber nicht so stur. Jetzt denkt doch mal ein bisschen out of the box. Mensch, wir drei im Film, nur die alte Gang. Lutz Dieter Bodo, Cheese is on a bike. Wäre das cool? Hör mal, die hat's richtig drauf. Das ist richtig Kunst, was die macht. So was wie Dogma. Hat letztes einen Film gemacht über so einen Bären. Und hier was für Arte, ne, Solli? Irgendwas über moderne Post? Moderne Post? Postmoderne. Scheißegal. Ja, Leute, von mir aus könnten wir direkt mal loslegen, oder? Setzt ihr euch doch einfach mal irgendwo hin. Scheißegal wo. Ihr müsst euch bequem machen. Kleiner Tipp noch von meiner Seite. Bleibt am besten immer ganz ihr selbst. Kommt unglaublich schön in der Kamera. Ja, bitte. Ihr müsst überhaupt keine Scheu haben, ja. Ich möchte doch nur diesen neuen, fröhlichen Patriotismus zeigen. Was? Fröhlicher Patriotismus? Was soll das sein? Ach, Lutz, ich hab Bilder im Kopf, ja. Wie ihr drei hier auf dem Sofa sitzt. Vielleicht so was ruft wie Schlamt, Schlamt. Aber dann so ganz fröhlich und unverkrampft die Fähnchen schwenkt. Sylwijk, wir treffen uns hier zum Fußball gucken. Ne, wir drei Jungs, jedes Länderspiel seit 1990 und du darfst gerne mit gucken. Aber ich schwenke nicht unverkrampft Fähnchen. Herr Lutz, du kannst den natürlich auch verkrampft schwenken. Ne, ich schwenke gar nichts. Ja mein Gott, warum denn nicht? Weil nur Idioten Deutschland Fähnchen schwenken. Ich hab das auch schon gemacht. Hallo, ich auch. Ja und, muss ich das kommentieren? Sag mal, Lutz, was ist denn jetzt eigentlich dein Problem hier? Patriotismus ist primitiv. Ach, Lutz. Heimat ist die allersimpelste Identifikation für allersimpelste Volldeppen. Ey, nur Leute im Intelligenzzölibat bilden sich auf ihre Heimat was ein. Sag mal, was hast du denn auf einmal? Was denn? Eine gesunde Distanz zum eigenen Land, ja. Das ist für mich ein Ausweis von Reife und von Reflexionsvermögen. Zumal Deutschland ja nun wirklich genug Anlass dazu bietet. Lutz, was ist denn das für ein Mumpitz, was du hier erzählst? Ey, das ist Deutschland. Wir sind technologisch, sind wir Weltspitze. Hier laufen die Dinge strukturiert. Hier funktionieren die Dinge. Ja, besonders bei der Bundeswehr. Ja gut, die zählt nicht. Nein, die wird ja von einer Frau geführt. Hallo? Kein DAX-Unternehmen in Deutschland leistet sich sowas. Nein, ich finde schon, ich habe kein Problem damit, Deutscher zu sein. Ja? Ich bin stolz. Oh, Dieter, würdest du das auch mal direkt in die Kamera sagen? Also, ich bin Dieter und stolz Deutscher zu sein. Ja klar. Ich bin Dieter und... Ja, das klingt jetzt auch irgendwie komisch. Na ja, so heißt du nur mal, Dieter. Ja. Ja gut, komm, dann sag ich. Du, wenn du das sagst, dann bin ich raus. Wieso soll ich das nicht sagen? Du, dann will ich nicht mehr mit dir gefilmt werden. Ich sag's aber, läuft die Kamera noch? Moment mal, Leute. In meinen vier Wänden untersage ich so eine Nationalismus-Scheiße. Was, Lutz? Du untersagst mir was? Ey, das mit dem Stolz ist total Nazi-mäßig. Und außerdem ist Deutschland doch... Hey, das ist doch ein Kackland. Ach, ein Kackland? Okay, geht's vielleicht eine Spur differenzierter? Ja, was, das ist doch alles verlogen hier. In diesem Land werden seit Jahrzehnten hemmungslos die Vermögen von unten nach oben verteilt. Im Prinzip profitiert davon nur so eine ganz kleine Klieke hier. Und über alles das gießen sie diese unerträgliche Konsens-Soße. Weißt du was, Lutz? Du redest einfach alles runter. Ja, und du redest einfach alles schön, ne? Alles, was ja die Kohls und Merkels so 26 Jahre lang vorgeplappert haben. Ich find schon, dass wir Deutschen ne ganze Menge leisten. Hier zum Beispiel in der Euro-Krise. Ey, da haben wir letztlich den Griechen den Arsch gerettet. Und zum Dank mal die unserer Kanzlerin Hitler-Wärtchen an. Sie kann's aber auch tragen, Dieter. Scheiße. Ach nee, Mensch, es ist der Akku leer. Leute, da muss ich doch noch mal kurz zum Wagen. Nicht bewegen. Bin gleich wieder da. Sag mal, ist hier komplett die Pfanne heiß? Jungs, ich möchte ihr heute hier einen Heiratsantrag machen. Was? Jungs, ihr müsst mir helfen. Ich hab das alles geplant. Hört zu, ich erklär euch das. Ich habe letztens auf einer Charity-Gala diesen Fußball-Kommentator Tom Bartels kennengelernt. Die Pfeife. Sie sind mittlerweile ein guter Freund von mir. Ganz eng. Und der wird heute Abend, während des Spiels sagen, das sagt der Tom, nur weil ich es ihm gesagt hab. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Fußball-Abend? Dann komm ich und sag, ja, aber es ist ja nicht nur ein Fußball-Abend. Und in dem Augenblick sagt der Dieter, wer weiß, was das Schicksal noch so bringt, vielleicht der Amos Pfeil. Ich hab das alles aufgeschrieben, verließ ich nicht. So, und dann kommt der Lutz. Und der Lutz wirft Rosenblätter aus dem Fenster. Was werf ich? Du wirfst Rosenblätter da aus dem Fenster. Das sind alles Zuchtrosen aus Transnistrien, die besten. Dann spielt die Band und dann spreche ich ein Gedicht, was ich für sie geschrieben habe. Stopp. Bodo, was für ne Band. Achso, ich hab da im Hof unten so ne bulgarische Hochzeitsband. Ja. Die Melichewitsch. Die hab ich für einen schmalen Pfennig gebucht. Und sobald die Rosenblätter sehen, fangen die an zu spielen. Ich fass es nicht. Und dann mein Gedicht. Ein Rosenblatt im Sommerwind. Was fliegt da hin und ruf geschwind. Nur eine Kraft auf Erden es gibt. Wenn man sich gern hat. Und sich ganz doll lebt. Das hat der Bruder selber geschrieben. Und ich find, man hörts raus. Das ist zu viel. Das ist doch zu viel. Das ist doch nicht mehr unser Männertreffen. Wir sind doch hier zum Bier trinken und zum Fußball gucken. Und erst brichst du diese komplizierte Ische mit. Jetzt spielst du die besten Szenen aus Rosamunde Pilcher nach. Und dazu spielen hier draußen diese Milosewitschs. Ich glaub da brennt der Helm dort. Und du laberst hier die ganze Zeit, dass du stolz bist ein Deutscher zu sein. Hallo. Kann das sein, dass du mir überhaupt nicht zuhörst? Ich hab nicht gesagt, ich bin stolz auf ein Deutscher zu sein. Na klar hast du das gesagt. Ich hab zugehört. Aber ich hab das nicht so gemacht. Mit allem Thema. Ich find's so großartig wie auf dem Film Einsteig. Ganz großes Kino. Nee, nee, nee. Ich steig auf gar nichts ein. So. Und ich mit. Solveig. Sag mal, warum wissen wir eigentlich so wenig von dir? Ja, stimmt. Was sagst du denn zum Beispiel zum Thema Deutschland? Ja, du so. Mit deinem Schweizer Migrationshintergrund. Bitte darum geht's doch jetzt auch gar nicht. Doch, natürlich geht's darum. Wollt ihr das wirklich wissen? Ja, wir sind offen für alles. Ihr wollt ne ehrliche Meinung? Trau dich, wir hören dir zu. Okay. Ich finde, ihr könnt in Deutschland überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Also das ist ne Frechheit. So, und jetzt reicht's. Nee, also Schluss. Ja, klar, das wollt ihr nicht hören. Ja. Ha. Da seid ihr plötzlich ganz empfindlich. Ja. Dann lasst uns doch mal drüber sprechen, wie man hier in Deutschland mit Flüchtlingen umgeht. Man weiß doch überhaupt nicht mehr, wie man die Deutschen im Moment einordnen soll. Ja. Gerade noch brennen die Flüchtlingsheime. Merkel äußert sich monatelang nicht zur Flüchtlingsfrage. Dann holt die 10.000 Flüchtlinge von Ungarn nach Deutschland und jetzt werden die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Was sind das für ein Durcheinander? Kommt mal runter. Dann kommen vielleicht 800.000 Flüchtlinge zu uns. Ja. Aber auf 80 Millionen Menschen, die hier bereits leben. Das ist ein Flüchtling auf 100 Einheimische. Aber man kann sich das genau vorstellen, oder? Eine Kneipe mit 100 Leuten, einer kommt rein, dann wird's eng. Ja. Und dann müssen vielleicht auch 800.000 Flüchtlinge integriert werden. Bei der letzten Bundestagswahl haben 2,5 Millionen Deutsche die AfD und NPD gewählt. Ich glaub einfach, wenn ein Land es schafft, 2,5 Millionen rechte Arschlöcher zu integrieren, dann kriegen wir doch so ein paar Flüchtlinge auch noch gewuppt, oder? Na bitte. Ich glaub einfach, mit der Integration müssen wir viel früher anfangen. Da müssen wir mal bei unseren Kindern anfangen, ja? Bei den ganz Kleinen, hier in den Grundschulen, in den Kindergärten, mit kreativen Konzepten und vor allem mit, ja, mit kindgerechten Konzepten, die mal zeigen, was Integration wirklich bedeuten könnte. Also ich hätte da schon eine Idee. Hallo liebe Kinder, ich bin das Integrations-Kasperle. Also der Kasper, der alle lieb hat. Seid ihr alle da? Ja? Habt ihr meinen Freund Sepp Pühl gesehen? Sepp Pühl ist mein Freund, der kommt gar nicht aus Deutschland, sondern aus Berlin-Neukölln. Aber wir in Puppenhausen tun alles dafür, dass er richtig integriert wird. Sollen wir ihn rufen? Ja? Sepp Pühl! Kasper! Ich hab gesagt wir! Sepp Pühl! Kasper! Ah, ich kann das schon hören. Sepp Pühl! Kasper! Sepp Pühl! Boah ey, voll den Allemann-Assi, voll den Hirni! Wo steckst du? Leck mich Arsch! Hey Hinzucht-Opfer, weißt du was mir heute Morgen passiert ist Land? Nein! Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte plötzlich voll die Scheißhände! Komplett ohne Finger, leg mich Arsch! Also Sepp Pühl, ich finde du solltest ein bisschen was an deiner Sprache tun. Das ist ja gar kein Deutsch! Wir wollen den Kindern doch zeigen, wie gut du integriert bist. Und das Sprache ist sehr wichtig! Sack, ihr siehsch! Du bist ne Sack, ihr siehsch! Hallo, Großmutter! Alter Mann, ich fresse du Arbeitsloser Nichtsnutz! Omi, das ist Seppl! Mein Freund, den möchten wir heute in unsere Mehrheitsgesellschaft rein integrieren! Schon wieder so ne Ausländer, ihr Kümmelfresser! Da werden auch immer mehr! Oma! Da müsste sich mal jemand drum kümmern! Hör mal zu, Zipfelschwinger! Ein Krokodil hat mir auch mal die Pfannenkuchen geklaut! Und hat sich dort intern ver- Mit drei! Boah, voll krass! Omi! Ja, du solltest auch mal nen Deutschkurs machen, he? Damit du verfitt noch mal lernst, wie man anständig Deutsch am Sprechen tut! Du, Pinselputzer, und sieh mal die Pfannenkuchen zurück! Es kommt die Oma mal bei die Speil, sagt ihr siehsch! Da krieg ich nen Hass! E N Hass krieg ich da! Tschüss Omi! Ha-hah-ha-ha! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! voll hardcore habe ich erst gedacht die hat kopftuch an die seine von uns die trinkt nachmittags immer das war das krokodil das ist sehr gefährlich und das ist ein fall für den machtmeister ich bin doch kontaktbereichsleiter dazu kontaktspaß die pfadentüren von vorgras oma sind vorgras versicherungsfall geworden was will er sagen das krokodil kann es ja nicht gewesen sein warum noch gefahr in deutschland kommt da nie von rechts ich verhafte sie wegen pfannekuchendiebstahl aber es war das krokodil die saue ich erkenne ja wohl ein verbrecher wenn er vor mir steht außerdem nehme ich sie fest wegen furchteinflößende migrationshintergrund und überhaupt leg mich arsch ich schau besser wieder ab türkei es funktioniert mit der integration in deutschland im prinzip relativ gut wir haben über 80 millionen einwohner wir müssen auch unsere eigene minderheiten auch schon integrieren leute wie nutz zum beispiel diese auf hartz-vier-niveau leben die werde auch irgendwie mitgenommen hier sagt unser vorzeigedeutscher hier unser vorzeigedieter quadratisch praktisch gut gut guck dir doch mal dein leben an du zahlst keine steuern du hast keine kinder du hast doch nicht mal einen partner um den du dich kümmern musst du nur dafür sorgen dass deine eier beim schaukeln nicht aus dem rhythmus kommen so was machst du eigentlich kann ich dir sagen ich bin an der front ja voll der ist an der plastiknippel front das sind keine plastiknippel doch du vertreibst plastiknippel das sind keine nippel wir sind weltmarktführer für kunstharz verstärkte gelenkmodule zur steuerung von antriebsketten von modularen fertigungsanlagen hier plastiknippel auf holländisch knöpjes es ist wieder diese arroganz gegenüber der arbeitenden bevölkerung und weiß wenn ich single wäre da könnte ich auch in so einer verwarzenbude hocken ein auf konsumverzicht machen und den fernseher haben der wahrscheinlich das wunder von bern noch live miterlebt hat also also da hat er die der recht schlutzemann der rote blitz die möhre ist so vintage da werden die nachrichten von karl heinz köpke gelesen hier ist der eskalationsstufe weiter hier werden die nachrichten gar nicht mehr verlesen dieses gerät ist bereits wieder zurück auf stummen filmniveau da ist ja gar kein ton wieso bringen die denn jetzt was über den dalai lama ja der will zurücktreten die suchen einen neuen da ist gar kein ton ja der ton ist kaputt du weißt was gerade verstanden hab der ton ist kaputt moment lass mal bodo ran bodo hat goldene hände sag mal crema geht's noch wieso sagst das nicht vorher mensch ich hätte doch mal den 80 zoll plasma mitgebracht ja was denn wir brauchen doch keinen ton ich brauche den ton wenn ich denn tom bartels sicher habe ich ein riesenproblem so dann was für ein fußballer jetzt okay ich habe laut musik gehört ich habe nur einen klingelton was im handy das klingt wie ein bulgaren oh scheiße 40 anrufe in abwesenheit 40 anrufen er muss dringend ja dieter aber nicht hier in der wohnung die strahlen die schaden deinem gehirn ich muss meinen chef anrufen der glaubt ich ich wäre in england ich muss morgen den ersten flieger nach england nehmen ich habe ein mega wichtiges meeting in london die engländer erwägen das angebot der chinesen zu nehmen die chinesen bauen unsere teile eins zu eins nach und jetzt sind die schon wieder billiger aber eure nippel sind doch bestimmt besser natürlich sind unsere unsere gelenkmodule besser das war bei weitem ja aber die zahlen vielleicht zehn prozent von unseren löhnen wir haben ja kaum ausgaben also ich habe ein mittleres gehalt davon zahl ich hier wohnen essen die fahrt zur arbeit die frau die kinder die ausbildung den urlaub und den hund so ein chinesen der gibt doch kaum was auf der wohnt mit seiner frau in der firma macht keinen urlaub ja und ist den hund ohja dieter können wir jetzt vielleicht mal zum thema zurückkehren ja genau fußball ne deutschland du deutschland interessiert mich im moment kausal lediglich als mannschaft ja ich will auch fußball gucken mir geht das hier alles auf den sack jetzt aber meinst du mir etwa nicht ja bitte kaum kommt diese hippie hier rein hallo hat sich einer meiner besten freunde als vollnazi was ist das und der andere entdeckt seine romantische ader und macht hier auf keine pflaume in eigener sache echt was männer für einen stress machen können wegen nichts moment mal jetzt sagt man nicht nichts ja ja es geht um fußball das ist doch auch nur fußball das ist doch völlig egal ob man das jetzt sieht oder nicht so wie bist du denn drauf es geht um deutschland gegen holland das halte ich nicht aus ist das irgendwie wichtig für den lauf der welt ja klar für euch ist das ein riesen themchen aber doch nur weil ihr das behauptet für die erde das so fußball völlig uninteressant das ist doch hier wieder nur so 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 ein männerding ein männerding ist doch das größte problem unserer zeit männer die denken ihre gedanken wären für die welt relevant aber ist das so was von unwichtig in der natur jetzt kommt die auch noch mit der natur ist fußball völlig uninteressant und auch diese ganzen anderen thesen die uns das leben so schwer machen ist doch tieren egal ist doch pflanzen egal kennen sie eine armeise die sich für den islam begeistert oder hey schon mal ein reh gesehen das in der afd ist ja kennt ihr vielleicht eine dattel die sich für die autobahn maut interessiert aber ich kenne pflaume die ist bayerischer ministerpräsident ja ich finde es einfach so schade dass wir uns hier immer nur auf nebensächlichkeiten konzentrieren anstatt einfach mal der natur zuzuhören was wirklich wichtig ist ich habe das gemacht damals in kanada als ich den bären begleitet habe ein halbes jahr lang ich so unglaublich viel von diesem tier gelernt habt ihr nicht schon mal über einen langen zeitraum ein tier ganz genau beobachtet ja wenn ich auf dem klo sitze dann schaue ich mir schon mal die silber fischchen an nein wenn man wenn man mal wieder längere zeit in der natur lebt mensch da merkt man doch erst mal wieder wie weit wir menschen uns vom vom sinn des lebens entfernt haben ja sicher die natur lebt einfach im hier und jetzt ja die macht sich keine sorgen wer sie ernährt die denkt nicht ständig übers arbeiten nach das kennen wir doch hier überhaupt nicht mehr doch ich hab ein kumpel der arbeit im ordnungsamt von offenbach die leben da genau so gar nee bitte bitte die da macht du dich nur bei alles lustig ja wenn es hilft mir hat es jedenfalls wahnsinnig viel bedeutet und ich habe eins gelernt wir wir müssen einfach nur der natur folgen wenn wir alles richtig machen möchten ich war damals ganz eins mit den wäldern ich war so so eins mit den jahreszeiten und natürlich ganz eins mit dem bären und dann dann gab es einen ganz besonderen moment kurz bevor ich gefahren bin da hat mich der bär mit meiner kamera ganz nah an seine höhle ran gelassen und dann hat er mich angesehen unglaublich lange hat er mich angesehen und dann hab ich ihm meine tasche da gelassen warum lutz ernsthaft warum ich wollte ihm sagen hier das brauche ich doch nicht mehr ist ballast für mich nimm du bin ich aber nur mit kamera und ticket in der hand nach hause geflogen du soll weg du du das ist das ist pille palle nein nein mensch ihr begreift es nicht der bär und ich wir hatten so eine ganz besondere verbindung in seinem blick da war etwas das mir sagen wollte soll weg wir sehen uns wieder und dann tauschen wir uns aus so und was meinst du was jetzt passiert meinst du der bär kommt jetzt eines tages hier vorbei klopft dreimal an die tür und sagt mensch soll weg ich hab an der uni toronto und deutschkurs gemacht und will doch mal eine runde mit dir rat Dieter Lotz komm mal runter du ich hab was feines besorgt ja das ist witzig schon da wurde immer wahnsinnig witzig Palim palim Na erschrocken baby ich hab nen deutschkurs gemacht an der uni toronto ich würd gern mal eine runde mit dir ratschen oh gott wer ist das wirklich wer soll ich denn sonst sein Wolfgang Thierse aufm weg zum Bäcker so baby jetzt hör mir mal gut zu jetzt pass mal auf Schnufferchen so du hast mich ja in Kanada ein halbes Jahr gestalkt und ich sag dir ganz klar du Hippe das war schon die Pest aber der totale Horror ist dieser Mist den du auf deinem Laptop hast ich hab das alles gelesen dieser Schwachsinn wir müssen nach der Natur leben oder die Natur ist das Wichtigste und dann dieser Film bei Arte über mich sag mal Baby hast du noch alle Latten am Zaun ich hab nach 10 Minuten umgeschaltet auf Super RTL wieso das denn ja diese ganze Naturwahn Natur hier Natur da Baby was ist denn an der Natur so toll soll ich dir was sagen ich lebe in der Natur und weißt du was es ist die Hölle ja aber hier Kultur das ist super ja aber Bea die Natur hat doch so viel Schönheit guck mal die Niagara Felle oder das Zwitschern der Vögel das Zwitschern der Vögel sag mal geht's noch warum singen die Viecher denn hä doch nur um sich zu vermehren deshalb piepen die ist das toll Wesen mit einem IQ unter 5 sitzen rum und rufen laut ich will pimpern das ist ja nicht schön das ist Düsseldorfer Altstadt aber Bea die Natur die hat doch so viel Weisheit was denn für eine Weisheit Weisheit Baby hör zu in der Natur da geht's um nichts anderes als um Selbsterhaltung und Arterhaltung verstanden? dick werden und pimpern das ist alles Natur ist wie Boris Becker so nur hübscher Baby die Kultur ist das Wichtigste ja der Mensch und sein Geist das ist doch die wahre Spitze der Evolution guck mal was ihr alles habt ja ihr habt ein Rentensystem sag mal meinst du in der Natur kann ein Löwe irgendwann sagen so Leute ich bin zu alt zum Jagen ich geh jetzt in Rente ich zieh nach Malle und bitte schickt mir doch jede Woche eine Antilope per Post Baby wenn der Löwe nicht mal jagen kann dann wird er von den Jüngeren gekillt ja kannst du dir sowas vorstellen? oder die Vermehrung in der Natur da musst du dich nämlich ständig vermehren immer nur vermehren weil wenn ein Tier kein Sex mehr hat dann stirbt es wenn der Mensch kein Sex mehr hat dann kann er immer noch an der Volkshochschule Italienisch lernen Baby ihr habt so wunderbare Errungenschaften wie die Demokratie aber ihr geht nicht wählen wie krank ist das denn? wisst ihr was Leute ihr solltet nicht zurück zur Natur wollen ihr solltet nach vorne zur Kultur denn ihr könnt mit eurer Kultur die Natur verbessern das ist euer Auftrag verstanden Müsli Tante hey so Baby hier ist deine Tasche vergiss mal diesen ganzen Naturscheiß entspann dich mal ein bisschen ich schwitze wie ein Schwein so Baby ich geh jetzt da raus und kümmere mich um die Dinge die wirklich wichtig sind im Leben Lachse jagen und Honig suchen? nee ich suche irgendwo draußen eine Kneipe um das Länderspiel zu gucken hier wird es ja nichts mehr chill mit Öl wer das ist der Schlüsselbegriff heutzutage es geht um Geopolitik um Geo was? Geopolitik Geopolitik du bist niedlich weißt du früher hieß das Imperialismus ach mach doch auf ja komm was denn deswegen macht doch der Putin in der Ukraine auf dicke Hose hier und die Amis die Amis die wollen natürlich sofort dabei mitzündeln ja weil die haben ein Problem wenn die mal eine Weile nichts zu bombardieren hatten dann machen die Leute bei denen zu Hause Amokläufe das mag ja richtig sein ja aber die Merkel macht eben genau da nicht mit ja weil die weiß wie sowas aussieht die war ja schon mal dabei in Moskau bei so einer Militärparade auf dem Roten Platz und da hat die das gesehen so 100 Kilometer nur Soldaten Atomraketen, Granatwerfer, Panzer und dann sieht die vor ihrem geistigen Auge den Zustand der Bundeswehr ja eine alte Tante Ju 300 kaputte Hubschrauber die von den Politikern getragen werden müssen G36 Maschinengewehre die du bei Hitze immer noch als Bumerang verwenden kannst und dann noch 500 Schaukelpferdchen aus den Regiments-Kitas ja weißt du deswegen hat die Angst vor dem Krieg deswegen sagt die wir zerstören keine anderen Länder also mit Ausnahme von Griechenland ja alles schön lustig aber es ist reine Polemik findest du? ja Fakt ist doch dass in diesem Land schon lange wieder der Einsatz militärischer Mittel für Politik gehalten wird und wenn so jemand wie der Gabriel die Chance sieht im arabischen Raum für die deutsche Industrie einen verkackten Panzer mehr zu verkaufen hey dann wird er aktiv ja Hauptsache ist es Nutz der Wirtschaft das ist total eindimensional das kann ich mir vorstellen dass du das du siehst dir ist es ja auch scheißegal wohin du deine Nippel verkaufst das sind keine Nippel hast du mir nicht gesagt ihr verkauft eure Nippel auch nach Saudi Arabien ja und Saudi Arabien ist ein sicheres und stabiles Land hey die da hallo da gibt es keine Wahlen keine Demokratie und Frauen haben so gut wie keine Rechte die dürfen dort nicht mal Auto fahren ja das meint er mit sicheres Land ach Bruno was ist doch da steht so im Text wo solche machen meine Fresse sag mal was ist das hier das Spiel läuft der Fernseher ist gar nicht angeschlossen ok Leute Jungs Plan B ok pass auf Jungs wir haben kein Fernseher wir haben kein Bild kein Ton aber was für ein Fußball Abend Solvik pass auf ein Rosenblatt im Sommerwind aber hat der noch alle Latten am Zaun ich will Fußball gucken Lutz geh dir mal ein Eis essen ich geb dir 500 Euro komm hier sag mal kann das sein dass du mir jetzt hier gerade 500 Euro anbietest damit ich meine eigene Bude verlasse dann nimm tausend Lutz komm hier ist ok ist ok du hast in der genetischen Lotterie den Hauptgewinn gezogen das ist toll aber das ist noch lange kein Grund sich zu benehmen wie eine offene Hose Lutzel weißt du was soll ich was sagen du hast Sitzsack mit Brille du hast einfach keinen Sinn für Geld ja guck mal hier das zum Beispiel das gehört dem Bodo ich habe es mir hart ererbt weißt du ich kann damit machen was ich will ich kann es auch verbrennen oder zerreißen ich kann das mal einfach so hier einen 500er nehmen Soli und vor euren Augen zu Kleingeld machen Bodo mach das nicht ich bin nach keinem Rechenschaft schuldig oder Bodo wenn du das machst ich mach das hey Leute hört auf mit der Scheiße ich will Fußball guck mal hier 500 250 125 62 50 weißt du wer von euch das überhaupt keine Würde mehr im Leib hat weißt du der kniet sich jetzt hier auf den Teppich und klebt das Ding wieder zusammen weißt du was der Bodo ja der macht wenigstens sinnvolle Sachen mit seiner Kohle Junge du machst keine sinnvollen Sachen du hast einfach nur geerbt im Grunde genommen besteht deine ganze Lebensleistung darin den Geburtskanal unbeschadet überstanden zu haben joh oh 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 Chef ja hallo was Sie haben mit den Engländern telefoniert und die haben gesagt dass ich nicht da bin das haben sie auch auf Skype gesehen mich nicht gesehen weil ich nicht da bin ja Chef kennen sie WLAN das kann man auch nicht sehen ist trotzdem da was die Engländer haben das Angebot der Chinesen genommen weil ich nicht da Chef und jetzt bin ich gefeuert Chef das können sie nicht machen das ist Hallo nicht was rum was kein Netz kein Netz was was Dieter Verbindungen wir müssen was tun wir müssen etwas tun das so extrem ist dass wir das noch nie gedacht haben ich will Dieter nicht umarmen wir müssen die Chinesen davon überzeugen dass sie den Auftrag zurückgeben ja wie Dieter du musst mit den Chinesen kommunizieren mit den Chinesen kommunizieren soll ich jetzt da hinfahren exakt ja warum nicht Dieter wir kommen alle mit was ja wie sollen wir denn jetzt zu den Chinesen kommen pass auf Leute in einer halben Stunde geht ein Flieger nach Peking okay hey stop Leute das Spiel Lutz es geht hier um Freundschaft okay so ja und wie sollen wir so schnell zum Flughafen kommen die Band was die Drückerkolonne da unten im Hof Moment mal welche Band die haben doch so ein ganz schnell getuten Turbos der bringt das zum Flughafen wir fliegen schön zusammen ja wir vier fliegen der Papa zahlt das ne ne der Dieter zahlt das ok der Dieter zahlt das los dann müssen wir los wir schaffen das komm wir schaffen das zum Flughafen Leute reinsteigen Lutz Lutz Lolli Türen zu Tieter der Test rechts da gehts von ooooh Türen oh Gott ist es hier schlecht fuck die Henne uuuh willstkommen am Airport Düsseldorf Super letzter Aufruf letzter Aufruf mit Herrn Olmenberg-Schneider und Tremmer er ist Marcel sorry Na wein Joseph lasst mich douze komm du gehst auf Fenster Dieter Burning Completed Burning Completed Ich wollte nur kurz anrufen und sagen, bitte stellen Sie jetzt Ihre Mobiltelefon aus. Nein, ich bin in der Therapie. Nicht Telefonieren? Entschuldigung. Das ist eine Flugangsttherapie. 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 Wiederhören. Und schneiden Sie sich an. Anschnallen, seien Sie gut. Was? Anschneiden? Oder brauchst du aber 15 Meter Leine bei der Wampus? Das ist überhaupt kein Problem. Weil die Wetterdruckverlust fallen. Von der Dicke Sauerstoff was genießen. Wir sitzen in einem Flieger nach Antalya. Jetzt komm mal runter, Schneider. Das war der Einzige, um die Zeit der Richtung Osten noch hochging. So, Peter. In der Türkei sehen wir weiter. Super. Entschuldigung, könnt ihr mal was leiser sein. Es gibt Leute, die sind Schläfer. Guter Mann, niemand will Sie irgendwie stören auf Ihrem Weg in Ihren wohlverdienten Urlaub. Ey, was denn? Urlaub? Ich fliege für den Dschihad nach Syrien, ala uakbar. Posted Basic. Grillkäse? Mit Senf. Okay. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich hab nach Syrien gesucht, aber da war nix. Weißt du, ich hatte sogar Philo-Leistung. Was, Philosophie-Leistung? Oh Gott, ich geh... Und dann bin ich zum Islam übergetreten. Ja, aber das ist doch Quatsch. Da gibt es ja so wunderbare Alternativangebote von einer katholischen Kirche. Weißt du, guck mal, Jungs. Da fährst du mal schön in die Eifel und machst ein schönes Besinnungswochenende in Prüm. Ist das nix? Hey, Mensch, guck mal. Ne Palme. Mensch, wir sind auch in der Türkei. Ach, Bruder, jetzt sind wir in Antalya und keine Sau hilft uns weiter. Pass auf, du musst... Schraub an die Steffel. Was wer? Seppel, Gott sei Dank, ich schick der Himmel. Ich brauchte Hilfe, oder was? Ja, wir müssen ganz schnell nach Osten, also besser gesagt direkt nach China. Ich bringe ich euch. Ja, hab ich Geländewagen. Oh, fuck, wir erst mal Richtung Hindukusch. Ja, komm. Aber ich hab Probleme. Was denn? Ich hab Scheißhände. Einer von euch muss lenken. Was, Richtung Hindukusch? Ja, da lenk ich gerne. Okay, Gott sei Dank, komm, wir müssen einsteigen. Kommt, Olli rein. Seppel, hinsetzen. So, Schlüssel rein, Mutan. Oh, was ist das denn? Das sind die Kassabrakepen von die Assad-Leuten. Das ist voll gefährlich. Scheiße. Entschuldigung, wollten Sie nicht hier raus? Nee, hier nicht. Lass mal stecken. Ich nehm einfach da vorne an der Bushaltestelle den ersten Bus zurück nach Hause. Aber ich bräuchte bitte noch die Adresse von dem Besinnungswochenende in Prünkt. Ich glaub, das ist mir fundamentalistisch genug. Lutz, steig rein, wir müssen weg hier. Ja, das hat keinen Zweck, Leute, wir haben Platten. Bitte, da geht er, mal gucken, Lutz. Leck mich, Orsch. Komm, Lutz, ich helf dir, ich heg den Wagen hoch. Keine Angst, Lutz hat goldene Hände. Besser als scheiß Backhandschuhe. Sag mal, Dieter, warum hast du einen Eierwärmer an? Stimmt. Das ist doch alles im Fug. Dieter, guck mal, Dieter, wir haben es geschafft, fast. Bodo, wir sind in Indien. Wir sind in Indien. Wow, riechst du das? Ja, das riecht nach Abgaben, Gewürzen, Curry. Was ist denn die Musik? Was ist das? Oh, und die geht auch unmittelbar in den Beckenbodenbereich. Was ist das, Dieter? Was ist das, Dieter? Ich komme mir vor wie so ein Vieh. Aber ich bin schwuler Tiger. Dieter. Ich bin schwuler, ich bin schwuler. 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 Guten Tag, wir würden gerne einreisen. Oh, sorry, das ist leider not possible. Oh, no, 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 not possible. Jetzt hör mal zu, kleiner Muck. Guck mal hier. Wir würden uns auch aktiv an der Mittelstandsförderung beteiligen, Herr Tatsch. Herr Tatsch, Frau Mahal. Eins können Sie uns vielleicht eben noch sagen, wie kommt man von hier aus am besten nach China? Ja, da gehen Sie durch die Tür da, und da kommt dann irgendwann der Himalaya. Am Ende des Ganges. Ich hab die Dienstrichter von denen besorgt. Kannst du dich mal beeilen, warum ziehst du dich eigentlich die ganze Zeit um? Ja, ich hab das nicht geschrieben hier. Wir müssen doch erst mal klären, wenn wir in China sind, wie wir dann am besten nach Jingdao kommen. Ja, verdammt, noch mal, wo ist denn der Bädekar? Was für ein Bädekar? Der hier. So, pass auf. So, pass auf. Da vorne im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen, dann bei Obi vorbei und bei Ikea rechts abbiegen. So, und dann sind es noch so ein paar tausend Kilometer, und dann sind wir in Jingdao. Night to Enterprises. Guten Tag, sind Sie vielleicht Mr. Yang O'Yang von Night to Enterprises? Stellen Sie diese Billigmodule her, die den deutschen Markt kaputt machen. Guten Tag, Mr. Schneider. Das lassen wir jetzt mal schön stecken. Was? Entschuldigung, ich bin hier wegen der kunsthaft verstärkten Gelenkmodule. Hahaha, Nippel. Ah, Nippel, oh, Nippel, ich schneide, oh, was können wir für sie tun? Dieter, ich dachte, das sind keine Nippel. Das sind doch keine Nippel! Holla, die waltfee. Dieter, stoppen Sie die Produktion, Sie zerstören damit nordrhein-westfälische Arbeitsplätze. Das sind die Nippelproduktion, die Nippelproduktion stoppen, gefährden wir Arbeitsplätze in Gwinda. Sind diese Arbeitsplätze etwa nichts wert? Warum sollte ein chinesischer Arbeitsplatz weniger wert sein, als ein Arbeitsplatz in Deutschland? Herr Schneider, ist das nicht sehr eurozentrisch gedacht? Fertig. Wenn ich jetzt warntan. Gut. Ich denke, das ist die Möglichkeit an dieser Stelle, auch in diesem Programm, politisch relevant etwas zu sagen. Wir, die Menschen in Deutschland, sind der festen Überzeugung, dass auch der Markt ethischen Prinzipien folgen muss. Spätestens seit der Jalibation, aber auch Ludwig R., Sozialem, hat diese Quackta, Sozialem, 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 hat noch nicht sein. Jetzt geht es wieder kein Zap, immer wenn ein wichtigen Stück zu sagen hat, kein letztes Ding Scheißstück. Also dann bin ich hier in China, eh bloß nicht. Moment. So, hier habe ich wieder drei Balken. Wir halten es kurz. Stoppen Sie die Produktion, Sie gefährden auch langfristig den Ballettunterricht meiner Töchter. Was? Herr Schneider, mein Gebieter ist es sehr gehört. Mit den Nippeln kann er nichts machen, aber er gehört als einer der wenigen Unternehmer Chinas, der Volkskupe der Tibeter an. Zufälligerweise sitzt er in der Findungskommission für den neuen Dalai Lama. Sie haben vielleicht gehört, dass unser Dalai Lama den Latzinger gemacht hat. Den was? Den Latzinger. Gesundheit. Danke. Herr Schneider, mein Gebieter, Fahd, Sie sind der neue Dalai Lama. Was ist? Der Bodhisattva, der Erleuchtete. Ach nee, Leute, das ist doch nicht mehr unser Männertreffen. Das Spiel, das Spiel. Das Spiel. Ich bringe uns nach Hause. Das Spiel läuft. Guck mal. Wir sind beim Lutz. Das Spiel läuft. Guck mal. Wir sind beim Lutz. Jetzt halten wir die Knappe. Ich kann überhaupt nichts hören. Das ist die 79. Spielminute. Allem Anschein nach wird kein anderer als Lukas Podolski jetzt den Feilstoß ausüben. Er hat hier die Entscheidung auf dem Fuß. Jetzt läuft er an. Und... Jetzt kommt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Es passt. Du bist so wie sehr ... Gar provision Maintenant ist die Communications FNS Vielen Dank.